Hallo, bist du zufällig ein Fan von den Studio Ghibli Filmen? Heute habe ich einige Mal- und Zeichenideen für dich, die inspiriert sind an den Filmen. Einige davon sind sehr einfach für Anfänger, andere sind schon ein bisschen anspruchsvoller, also starten wir gleich. Die erste Idee hier ist eine der Landschaften aus einem Film, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das aus My Neighbor Toro war. Ich glaube fast, dass es der Film ist. Es könnte auch Prinzessin Mononoke sein. Ich bin mir nicht sicher teilweise, wie die Filme auf Deutsch heißen, also werde ich teilweise eher die englischen Titel nennen. Und hier verwende ich Gouache, in diesem Fall habe ich die Himi Mia Jelly Gouache Farben verwendet. Ich würde die jetzt nicht unbedingt für Anfänger empfehlen, weil sie doch eher schwieriger zu verwenden sind, aber sie sind jetzt an sich keine schlechten Farben, gerade wenn man jetzt relativ viele Farben möchte für wenig Geld. Aber am liebsten verwende ich die Farben von Winsor & Newton, die Designer Squash Serie. Und hier seht ihr, dass ich die Landschaft so nach und nach aufgebaut habe. Ich habe mit dem Hintergrund angefangen und habe mich dann nach vorne gearbeitet. Alle diese Ideen in diesem Video hier sind extrem schnell. Das sind jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das gilt eher als Inspiration, falls euch Ideen fehlen. Alle diese Videos hier, die ihr seht, sind aus ursprünglichen Videos von meinem englischsprachigen Kanal. Und ich werde euch auch die ursprünglichen Videos verlinken. Die sind um einiges langsamer, da geht es nicht ganz so schnell, zack, zack, von einem Bild zum nächsten, falls ihr doch was genau nachmalen möchtet. Und hier seht ihr, ich habe dann am Ende auch noch einige Blumen und Details hinzugefügt. Mit Gouache kann man doch relativ viele verschiedene Schichten malen. Und hier ist auch schon das erste fertige Bild. Beim zweiten hier habe ich auch ein Tutorial. Hier habe ich doch ein etwas langsameres Tutorial gefilmt, also werde ich euch das verlinken. Das ist halt auf Englisch. Und hier habe ich auch wieder Schritt-für-Schritt von hinten nach vorne gemalt. Dieses Bild ist von dem Film, ich glaube auf Deutsch heißt er das Wandelnde Schloss. House Moving Castle ist der englische Titel. Ich finde, der hat extrem schöne Landschaften, wie so circa alle diese Filme, haben extrem schöne Szenen. Also ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr, falls euch diese Ästhetik gefällt, dass ihr hier und da mal eine Landschaft nachmalt, weil man da extrem viel lernt. Wir haben hier diese Landschaft mit Blumen und Wasser und Bergen im Hintergrund und auch die Wolkennebel im Hintergrund. Und also ja, hier passiert sehr viel. Das ist dann auch schon die zweite Landschaft hier aus diesem Video. Die nächste Szene hier ist aus dem Film Shihiros Reise ins Zauberland. Auf Englisch heißt er Spirited Away. Und hier habe ich mir die Szene einfach ausgedruckt, habe mit einem sehr weichen Bleistift auf der Rückseite gemalt und dann mit einem festeren Bleistift das Ganze durchgedrückt. Also so könnt ihr, wenn es etwas schwieriger ist und ihr vielleicht die Komposition nicht so gut nachzeichnen könnt oder euch einfach nicht so viel Arbeit machen wollt, dann könnt ihr euch hier das Leben etwas leichter machen und das dann eigentlich nur noch anmalen. Also es ist dann schon fast wie so ein Ausmalbild. Man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, wenn man Quash verwendet, dass man nicht über die Linien drüber malt und die Schattierungen richtig macht und all das. Aber es ist einfach so viel einfacher, wenn man einen Startpunkt hat. Ich hatte mal eine Kunstlehrerin, die war so gegen das Durchpausen. Die würde jetzt sagen, dass das Schummeln ist. Aber es geht hier darum, dass wir Spaß haben und dass wir ein Bild malen, an dem wir auch Freude haben. Also startet doch gerne mit einem durchgepausten Bild und malt das dann an. Und für das nächste haben wir hier sogar einen Charakter aus einem Film. Das ist die Katze von Kikis Delivery Service. Und ich finde die extrem süß. Ich habe selbst eine schwarze Katze. Deshalb war das für mich klar, dass ich diese Katze zeichnen will. Und ich habe hier auch wieder Quash verwendet, wieder die Himi Mia Jelly Quash. Und hier arbeite ich in einem Sketchbook von der Marke Kunst und Papier. Die haben ein angeblich Aquarellbuch, aber ich fand das persönlich nicht so gut. Ihr seht selbst, dass sich das extrem wellt. Also ich war nicht so zufrieden mit dem Buch und habe hier eher die Sachen gemacht, bei denen ich nicht ganz so viele Schichten gebraucht habe. Also habe hier auch im Hintergrund nur noch ein paar Doodles dazu gemalt. Und das war es dann eigentlich auch schon für dieses Bild. Und beim nächsten, hier verwende ich ein Moleskine Sketchbook, das auch wirklich für Wasserfarben ist. Es ist trotzdem nicht das beste Wasserfarbenpapier, das man bekommen kann, aber es ist doch schon um einiges besser. Und hier verwende ich Acryl-Gouache. Das ist eine Mischung aus Gouache und Acrylfarbe. Also diese Farben hier, die kann man nicht mit Wasser wieder reaktivieren. Also sobald es trocken ist, ist es trocken. Falls ihr viele Schichten malen wollt und die nicht versehentlich wieder neu verwischen wollt, wenn ihr drüber malt, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Der Unterschied zur normalen Acrylfarbe liegt hier, dass das doch sehr matt aussieht. Und es sieht einfach genauso aus wie das normale wasserlösliche Gouache, aber es verhält sich eher wie Acrylfarbe. Ich mag Acryl-Gouache ganz gern, aber ich finde es oft unpraktisch, weil man die Farbe auf der Palette nicht wiederverwenden kann, sobald sie trocken ist. Hier haben wir das Gleiche nochmal. Hier habe ich vier weitere Szenen wieder mit Acryl-Gouache. Alle diese Szenen, auch die, die ihr vorher gesehen habt, sind von dem Film Arrietty. Ich finde, der ist extrem unterbewertet. Also den haben irgendwie nicht genug Leute gesehen und ich finde den richtig toll. Der hat echt schöne Szenen. Also falls ihr gerne so Landschaften mit Pflanzen seht und mehr so magische Geschichten sehen wollt, dann empfehle ich euch den Film sehr. Und der hat wirklich so viele Szenen, die man nachzeichnen kann. Und da kann man so viel lernen, weil da so viele Details drin sind. Übrigens wurden die Filme ursprünglich mit Posterfarben, also Nicker Poster Paints heißen die, gemalt. Also nicht mit Gouache. Aber Posterfarben sehen so ähnlich aus wie Gouache. Sie haben wirklich eine ähnliche Ästhetik. Also falls ihr wirklich die Ästhetik von den Ghibli-Filmen nachmachen wollt und Gouache habt, dann ist das eine gute Idee. Ich habe auch schon einige mit Wasserfarben gemalt und anderen Farben und Stiften. Also es muss auch nicht immer eins zu eins so aussehen wie die Vorlage. Aber Gouache und Acryl-Gouache sind eigentlich sehr gut geeignet dafür. Ich möchte auch mal die Posterfarben ausprobieren. Ich habe die noch nie ausprobiert, aber angeblich sind sie eigentlich eine günstigere und auch etwas schlechtere Version von Gouache. Also falls ihr Gouache habt, dann könnt ihr ruhig das nehmen. Und ihr könnt die aber auch mit Acryl-Farben nachmalen. Also besonders die Szenen, die ihr hier seht, wenn ihr Acryl-Farben habt, dann könnt ihr die nachzeichnen. Der einzige Unterschied wird vermutlich sein, je nach der Marke von Acryl-Farben, die ihr habt, dass die Bilder dann glänzen werden, weil Acryl-Farbe glänzt und Gouache trocknet matt. Und Gouache trocknet auch um einiges. Es sieht weich gezeichnet aus irgendwie und es ist auch nicht ganz so kontrastreich, weil bei Gouache die dunklen Farben heller trocknen und die helleren Farben trocknen dunkler. Also man verliert insgesamt Kontrast. Manche Leute mögen das gern, andere finden das eher einen Nachteil von Gouache. Ich finde das meistens eigentlich ganz schön, weil ich es mag, wenn es matt und sanft aussieht. Also wenn ihr Acryl-Farben nehmt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die Farben nicht zu knallig anmischt und die Kontraste nicht zu hoch macht, weil sonst habt ihr eine andere Ästhetik. Außer ihr mögt das natürlich. Ihr könnt das so nachmalen, wie ihr wollt. Was ich euch auch empfehle hier ist, dass ihr vielleicht, so wie ich, mehrere Bilder auf einer Seite macht. Also das ist hier eine Doppelseite in einem Skizzenbuch. Das ist auch von Moleskine. Und hier sind die Bilder einfach kleiner und dann ist der Druck nicht zu groß. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dieser Doppelseite. Und jedes Bild ist einfach relativ klein, was eigentlich ganz gut zum Üben ist. Jetzt verwende ich Quash von Alteza. Also das ist jetzt wieder wasserlösliches Quash. Und auch hier male ich mehrere Bilder auf einer Doppelseite, was wiederum sehr gut ist zum Üben. Man sieht die einzelnen Bilder einfach nicht ganz so streng an, weil man mehrere auf einer Seite hat. Und besonders für Anfänger ab und zu finde ich das ganz gut. Natürlich ist es leichter, ein größeres Bild zu malen, weil man dann viel mehr Details reingeben kann. Aber falls ihr eher schnell was üben wollt, dann ist ein kleineres Format oft auch besser und macht oft auch nicht so viel Druck und nicht so viel Angst. Und man hat es schneller erledigt. Und ja, man muss sich halt ein bisschen bemühen, dass man die Details reinkriegt, einen kleinen Pinsel verwenden. Ich nehme hier sehr gerne synthetische Pinsel. Also ich verwende meistens so runde Pinsel, die hier gerade sind von Städtler. Die finde ich ganz gut, halten leider nicht ganz so lange wie zum Beispiel die von Da Vinci. Das ist eine sehr gute Marke, die ich auch empfehlen würde, aber die sind natürlich um einiges teurer als hier die von Städtler zum Beispiel. Aber grundsätzlich könnt ihr alle Pinsel verwenden, die ihr zu Hause habt. Ich, wie gesagt, verwende sehr gerne die Runden, möglichst klein, möglichst detailliert, gerade für so kleine Bilder, wie wir sie hier haben. Und hier, alle diese Szenen sind von dem Film My Neighbor Tortoro. Ich schätze mal, dass das mein Nachbar Tortoro heißt auf Deutsch. Ich bin mir nicht sicher. Aber wirklich ein sehr schöner Ghibli-Film. Und weil ich den Film so gerne mag, haben wir hier auch noch eine Nachtszene von dem gleichen Film. Und hier sitzen unsere Charaktere in einem riesengroßen Baum. Und weil das Ganze nachts stattfindet, ist es auch um einiges blauer. Also hier haben wir eine etwas andere Ästhetik als in den anderen Szenen, die sehr viel wärmer, sehr viel grüner sind. Hier habe ich für die grünen Töne auch wirklich eher blau-Türkis-Töne genommen. Und damit wir auch noch unsere winzig kleinen Personen und Wesen hier mit Details draufkriegen, habe ich noch einen Fineliner verwendet. Und dann haben wir das Bild eigentlich auch schon erledigt. Das ist ein relativ simples. Und jetzt verwende ich Wasserfarben. Wie gesagt, ich habe auch schon einige dieser Bilder mit Wasserfarben gemalt. Die Ästhetik sieht einfach anders aus, aber es ist auch machbar. Die Herangehensweise ist ein bisschen anders. Hier habe ich eine Skizze vorgezeichnet und habe das Ganze dann... Die Skizze habe ich mit einem Knetrediagummi etwas aufgehellt. Und das Ganze habe ich dann angemalt mit meinen Wasserfarben. Und der große Unterschied von Wasserfarben und Gouache ist natürlich, dass Wasserfarben nicht deckend sind. Also hier muss ich mir auch ein bisschen überlegen, wo ist hell, wo ist dunkel. Und ich kann nicht von dunkel auf hell malen. Ich kann nur von hell auf immer dunkler malen. Und wenn ich das Helle brauche, muss ich das Weiß von dem Papier durchscheinen lassen. Also male ich oft um meine Objekte herum und male nicht ganz so viel in Schichten, wie ich es mit Gouache mache. Ich schaue mir immer wieder meine Vorlage an. Hier habe ich ein eher simpleres Bild genommen, wo wir einfach ganz viele Pflanzen haben und so einen Weg mit Stufen. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr eher Anfänger seid, dass ihr mehr so Naturszenen malt, weil die drum einiges leichter sind, als wenn jetzt wirklich viel Architektur auf einem Bild drauf ist. Und wenn ihr Architektur malt, dann könnt ihr auch das Haus oder was auch immer es ist, durch pausen, so wie ich es euch schon gezeigt habe. Ich mache auch trotzdem Schichten hier, aber ich arbeite eben eher von hell auf dunkel. Und mit ein bisschen Gouache habe ich dann noch ein paar Details hinzugefügt, ein paar Blüten und so. Und für das nächste hier habe ich Karen Markers verwendet. Das sind wasservermalbare Filzstifte oder Brush Markers halt. Also die haben eine Tinte. Die sind jetzt nicht eins zu eins wie Wasserfarben, aber sie sind so ähnlich. Man kann sie miteinander vermischen, wenn man einen nassen Pinsel verwendet. Aber sie verblenden jetzt nicht ganz so stark wie jetzt Wasserfarben oder auch Gouache kann man viel mehr verblenden als die. Ich verwende die hier auf einem Wasserfarbenpapier. Das hier ist ein Skizzenbuch von Etchel. Es heißt The Perfect Sketchbook. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass es das beste Sketchbook ist, das ich je verwendet habe. Aber für Wasserfarben und derartige Sachen ist es ganz gut. Es ist halt ein etwas raueres Papier. Das sieht man jetzt hier besonders, wenn ich die Lineart mache. Da habe ich einen Farbstift oder Buntstift, wie man in Deutschland sagt, verwendet. Das hier ist ein Dunkelblau, ein Faber Castell Polychromo. Und hier haben wir eben den Hauptfokus auf unseren Characters, also nicht ganz so den Fokus auf der Landschaft. Und jetzt habe ich auch noch ein Architekturbild. Also das ist schon etwas mehr für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Man kann es natürlich auch trotzdem zeichnen, wenn man Anfänger ist. Aber von den Ideen hier ist das vermutlich eine der schwierigeren. Hier haben wir das Haus von Kiki's Delivery Service. Und das ist ein sehr verwachsenes Haus. Hier haben wir sehr viel Grün, sehr viele Pflanzen. Auch hier habe ich wieder die Karen Brush Markers genommen. Und wenn ihr die Karen Markers kauft, hier gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt die wasserlöslichen und es gibt auch die, die Acryl Marker sind. Also die sind mehr wie so Posca Marker, falls ihr die kennt. Und hier verwende ich aber die anderen, die wasservermalbaren. Und die mag ich persönlich auch viel mehr, weil die haben sehr, sehr viel Tinte. Also die sind sehr juicy, die halten extrem lang und die trocknen auch überhaupt nicht aus. Und hier habe ich Papier von Hanemühle. Das ist das Agave Papier. Ich mag das extrem gerne, weil das ein Wasserfarbenpapier ist, das zwar ein bisschen eine Struktur hat, aber es ist trotzdem relativ glatt. Und mit den Stiften male ich halt so ähnlich wie mit Wasserfarben. Ich muss darauf achten, dass ich nicht gleich zu dunkel werde. Also ich baue auch hier meine Farben nach und nach auf. Ich vermale die immer wieder mit etwas Wasser. Sie lösen sich ganz gut, abhängig auch vom Papier. Und verblenden sich auch ganz gut. Man kann die Stifte auch ohne es zu verblenden verwenden. Also die haben relativ viele verschiedene Zwecke. Aber ihr könnt auch ein sehr, sehr ähnliches Bild einfach mit Wasserfarben malen. Könnt auch alle möglichen anderen Stifte verwenden für das. Und habe hier mit weißem Gouache noch einige Details dazu gemacht, weil man eben nicht heller werden kann. Und oft mische ich dann einfach noch Gouache am Ende dazu, um ein paar Highlights und Details nochmal reinzuarbeiten. Hier ist das fertige Bild. Und falls ihr noch mehr Zeichenideen sehen möchtet, dann seht euch dieses Video als nächstes an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.